Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an. Wir werden uns wie gewohnt zwei Spiele aus der Bundesliga genauer anschauen. Das Gewinnspiel des letzten Videos auflösen. Das letzte Video ist ein bisschen her, es war jetzt Länderspielpause dazwischen. Und dann war ich noch im Urlaub gewesen, deswegen kommt jetzt erst nochmal ein Video. Ich hoffe es zu verzeihen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Auflösung des Gewinnspiels. Und zwar war im letzten Gewinnspiel das Ergebnis zu Frankfurt gegen Heidenheim gesucht. Das Spiel endete mit 2 zu 0 für Frankfurt. Das Ganze hat nur einer richtig getippt. Dementsprechend gibt es nur einen Gewinner. Der Gewinner des einen Monat gratis Premium heißt User-QT und dann so eine Zahlen-Buchstabenreihenfolge. Ich blende es hier einfach kurz ein. Melde mich einfach kurz bei Telegram, dann füge ich dich einen Monat in unsere Premium hinzu. Und jetzt, dann würde ich sagen, starten wir direkt in das Video. Natürlich wird es heute auch nochmal 10 Euro zu gewinnen geben. Bleibt dafür bis zum Ende dran. Dementsprechend starten wir direkt auch in das erste Spiel rein. Bochum gegen Mainz. Beide Mannschaften sind sehr, sehr schwach in Form. Auf dem 17. und 18. Platz. Mainz läuft definitiv noch mehr der Erwartungen hinterher als Bochum. Bochum ist natürlich auch das klare Ziel, den Abstieg zu vermeiden. Bei Mainz war das vor, dass es auch bestimmt ein anderes Ziel gewesen oder ein bisschen ambitionierter als jetzt bei Bochum. Bei Bochum fehlen, also jetzt kurz zu der Personalsituation, fehlen Bero, Pacienza und eventuell Osterhage. Bei Mainz fehlen Burkhardt, El Ghazi, Weiper und Vene. Also wichtige Spiele auf beide Seiten, die hier in dem Spiel fehlen. Beide Mannschaften, wie gesagt, sehr, sehr schlecht in Form. Auch jetzt das aktuelle Steining sehr, sehr schlecht. Wir, oder ich finde hier interessant, beziehungsweise habe ja auch schon platziert, unter 3,0 Tore, asiatisch zu einer Quote von 1,8. Quote ist jetzt noch bei 1,706. Kann man, das hat, ja, 1,75 würde ich noch mitspielen. Ist jetzt knapp an der Grenze. Alles ab 1,7 Spiele, sage ich jetzt mal. Aber, ja, man sieht auf jeden Fall, dass wir gut Melio mitgenommen haben in der Premium. Mein Ergebnis wäre hier ein 1 zu 1. Auch noch kurz zur Begründung, Bochum hat jetzt bisher nur 6 Tore und Mainz 7 Tore in 8 Spielen geschossen. Klar, nach so Statistiken sollte man nicht gehen. Aber dann sieht man, wie offensiv harmlos die beiden Mannschaften bisher waren. Ich erwarte hier insgesamt eine ausgeglichene defensive Partie mit zwei abwarteten Mannschaften, weil die halt beide unten stehen. Das ist ein 6-Punkte-Spiel, sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend gehe ich davon aus, gerade wenn Bochum daheim spielt, spielen sie gerne defensiv eklig, gewinnen einfach mal 1 zu 0 oder so, machen hinten den Laden dicht. Und ich denke, Mainz wird das selber auch versuchen. Und dementsprechend sehe ich hier Value. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in das nächste Spiel. Das nächste Spiel, was wir uns anschauen werden, ist Kladbach gegen Heidenheim. Auch hier kurz zur Personalsituation. Heidenheim kann eigentlich aus den vollen Schöffen keine verletzten Spieler. Bei Kladbach hingegen fehlen Itakura, Kone, Leiner, Omlis, Gally, Hannes Wolf und eventuell Kvankara. Ja, war wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Nichtsdestotrotz, Heidenheim wird, denke ich, hier in Kladbach mit einem Punkt sich zufrieden geben. Und Kladbach wird aufgrund der Formschwäche das Ganze hier, denke ich, vorsichtig und erstmal defensiv auf Ballbesitz angehen. Deswegen verstehe ich hier die Torlinie überhaupt nicht. Auf das Unter-3,5 gibt es sogar eine 1,738. Ist eine sehr, sehr gute Quote. Finde ich in meinen Augen viel zu hoch. Klar, Heidenheim hat bisher diese Saison sehr, sehr oft over gespielt. Offensiv sehr, sehr gut. Aber ich denke, das ist hier nochmal ein anderes Spiel. Kladbach wird das Ganze defensiv angehen. Faire Torlinie. Ja, sehe ich hier auch... Also das ist jetzt nicht die Torlinie. Aber die Linie liegt bei 3,25. Aber ich würde es trotzdem noch niedriger ansetzen. Ich sehe hier auf jeden Fall Value. Faire Quote für mich hier eher eine 1,5 auf das Unter-3,5. Und genau, dementsprechend Value vorhanden. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt das 10-Euro-Gewinnspiel zu dem Spiel. Also schreibt mir euer korrektes Ergebnis zum Spiel Kladbach gegen Heidenheim in die Kommentare. Unter allen richtigen Ergebnissen verlose ich dann 1 Monat gratis Premium und eine 10-Euro-Pay-Safe-Karte. Ich wünsche natürlich allen viel Glück. Noch eine kurze Begründung zu dem Tipp. Abo dalassen, Daumen nach oben. Schon seid ihr mit dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Allen Teilnehmern viel Erfolg. Bis dahin. Haut rein und ciao.